14.000 Euro im Monat Wer über diese Machenschaften berichtet, verschwindet übrigens auch. Mein Kollege Thomas Mayer jedenfalls wurde aus dem EU-Gebäude rausgeschmissen. Wer unangenehme Fragen stellt, fliegt und zwar sofort, wenn er wissen will, wofür die EU-Abgeordneten so alles Geld bekommen. Gleich sieben Sicherheitsleute des EU-Parlaments setzen unseren Reporter vor die Tür, obwohl er hier ausdrücklich arbeiten darf und sich völlig korrekt verhalten hat. Ein Beispielloser Skandal, dass die Menschen, die in so einer Arbeit liegen, sind sie. Stress in Straßburg, doch bevor unser Reporter vor die Tür gesetzt wird, flüchten einige Parlamentarier vor unserer Kamera und vor unseren Fragen. Wir wollen wissen, wer hier wirklich arbeitet und wer dreist abkassiert. Denn EU-Parlamentarier bekommen so viel Geld wie kaum ein anderer Abgeordneter in Europa. Egal ob sie da sind oder nicht, gibt es Diäten in Höhe von 7.339 Euro. Zusätzlich bekommen die Politiker eine steuerfreie Kostenpauschale von 3.980 Euro plus 284 Euro pro Sitzungstag im Parlament. Macht im Monat bei durchschnittlich zwölf Sitzungstagen noch einmal mindestens 3.408 Euro netto. Macht zusammen 14.727 Euro im Monat. Sodass unterm Strich ein durchschnittlicher Europaparlamentarier netto mehr Geld verdient als die Frau Bundeskanzler Merkel. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht. Man will es natürlich verstecken vor den Wählern und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Genau das haben wir aber getan. Seit Jahren heißt es, dass einige Abgeordnete sich zum Beispiel freitags früh in die Anwesenheitslisten eintragen, um noch einmal Tagegeld zu kassieren und dann abreisen. Und tatsächlich, um Viertel vor sieben entdecken wir diesen offenbar reisefertigen Abgeordneten vor dem Parlament. Sind Sie nur hier, um sich nochmal einzutragen, das Geld mitzunehmen? Das geht Sie nichts an. Oben vor dem Büro, in dem sich die Abgeordneten in die Anwesenheitsliste eintragen können, eine ganze Schlange von Abgeordneten mit Koffern. Zum Beispiel die irische Abgeordnete Casey Sinnott. Sie droht sogar mit einer Klage, je nachdem wie wir über sie berichten werden. Ich wäre an Ihrer Stelle sehr vorsichtig, was Sie senden, über mich sagen. Ich habe jetzt um 7 Uhr schon 7 Stunden gearbeitet, sagen Sie. Aber für eine Nachtschicht ist das Tagegeld von 284 Euro nicht gedacht. Dutzende Abgeordnete aber tun es und tragen sich morgens um 7 Uhr in die Liste ein. Es ist 7 Uhr morgens, was machen Sie hier mit Ihrem Koffer? Ah, oh, sorry. Nun, ich habe in meinem Wahlkreis heute noch zu arbeiten. Today, but of course on morning I'm here. Sorry, aber dafür ist das Tagegeld doch gar nicht gedacht. Anderen Abgeordneten scheint es so unangenehm zu sein, dass wir Sie beobachten, dass Sie lieber schnell verzichten und sich nicht in die Anwesenheitsliste eintragen. Hier kommen Sie überrascht auf dem Aufzug. Und hier verlassen Sie die Etage schnell wieder, ohne Unterschrift. Warum laufen Sie weg? Schämen Sie sich dafür, dass Sie sich hier eintragen wollten? Ich habe keine Geld. Diese Abgeordnete aus Deutschland werden Sie in wenigen Augenblicken kennenlernen, kurz zumindest Hiltrud Breyer von den Grünen. Oh Gott. Kommen Sie doch rein, was ist denn das Problem? Ich bin das unverschämend. Warum ist das denn unverschämend? Für Amditschecks gefühlt sich jetzt hier gerade ein... Ich mache kein Schlechtzeug. Warum sprechen Sie nicht mit uns? Sie sind Abgeordnete des Europäischen Parlamentes. Wir zeigen unsere Aufnahmen reiner Holznagel vom Bund der Steuerzahler. Und der ist sichtlich überrascht. Hatten die EU-Parlamentarier doch längst versprochen, dem Tagegeldmissbrauch einen Riegel vorzuschieben. Dieses System hat eine extreme Schieflage erreicht. Vor dem Hintergrund glaube ich felsenfest, dass man diesen finanziellen Vorteil streichen muss. Erst dann wird auch ein Abgeordneter nicht diese Mitnahmeeffekte komplett mitnehmen wollen. Insofern sollte man das System ändern. Wie gesagt, auf der einen Seite ein Betrag, auf der anderen Seite sollten nicht irgendwelche Tagegelder ausbezahlt werden. Also ich glaube schon, dass man hier an die Moral appellieren sollte. Europaabgeordnete haben auch Vorbildfunktionen. Vor dem Hintergrund sollten sie sich zunächst dafür einsetzen, dass sie transparent bezahlt werden. Und auf der anderen Seite sollten sie so handeln und agieren, wie sie es auch von den Steuerzahlern verlangen. Nachdem wir zwei Stunden lang beobachtet haben, wie Abgeordnete abkassieren, wird der Sicherheitsdienst des Parlaments aktiv, will, dass wir unsere Arbeit sofort einstellen. Aber wir dürfen auf dem Flur drehen. Trotz Pressefreiheit der Generalsekretär des EU-Parlaments ordnet an, dass wir das Gebäude verlassen müssen. Der Rausschmiss unseres Reporters aus dem EU-Parlament belegt offensichtlich, wie nervös einige Volksvertreter hier werden, wenn ihnen jemand auf die Finger und ins Portemonnaie schaut. Beim Abkassieren will sich eben niemand.